Okay, alles klar, jetzt läuft es auch. Hilfe, die Kuh vergeweite ich gerade. So, mich oben, weizen unten, so und Zucker. Yay, we got a cake, man. Ich werde von der Kuh vergeweitet. Oh Gott, oh nein. Danke. So, stirb. Ja, da kommt eine braune. Guck mal hier. Wie eine ganz schüchterne, die presse ich in die Wand rein. Sag mal. Ich glaube, ich spinne. So, ich bin weiter. Ja, toll. Und jetzt noch einen Kuchen. Hast du noch einen Kuchen? Hast du denn noch die Zutaten? Wie viele Eier hast du denn? Ich habe keinen Weizen mehr. Keinen Weizen mehr? Hast du keinen Weizen mehr? Scheiße. Ach ne. Anbauen hätten wir das ja auch nicht können. Wieso nicht? Weil wir kein Wasser haben. Oder? Geht das so? Ne. Brauchen wir noch einen Kuchen? Ne, das geht ja gar nicht. Wir bräuchten ja nur einen theoretischen Zweig. Halt! Was war das? Was war das? Ich komm dir die Tür rein. Hast du die Tür aufgemacht? Ja, geh mal weg. Oder probier du einfach mal selbst. Man muss ja alle... Okay. Ah. Das ist ja geil. Was ist die geil? Das wird ja... Abgedreht. Ja, wird ja so gewollt worden. Dann wird ja keine Tür rein. Ja, ja klar. Aber... Was ist das? I hope you are... Oh nein. Ich hoffe du bist gut bei dir Sachen merken. Oh, scheiße. Was ist das denn? Das ist ein Weg, oder? Mit den Kerzen, der zeigt mir einen Weg. Ja. Oh Gott. Ein Labyrinth. Oh nein. Jetzt sind die Kerzen aber weg. Scheiße. Aber von hier oben kann man... Ja, hier von oben kann man ja noch sehen. Komm, probieren wir mal raus, oder? Hast du den Schalter umgedrückt, oder so? Ne, ne. Das ist irgendwie automatisch passiert. Keine Ahnung. Wir gehen hier einfach mal lang. Hier liegt ja noch überall Redstone, ne? Hier war aber auch... Achso. Hier ist ein Schalter. Ah, die Tür ist auf. War das so gewollt? Irgendwie mit den Redstone. Das verwirrt mich. Warum liegt der Redstone? Ja, am besten mal einsam. Oder gehört das noch? Ich glaub wir haben alles. Ne, dahinten ist einer. Hier ist noch einer. Denk ich mal so nicht. Ich muss das Ding zerbrechen. Hä? Hallo? Das ist ein Bug. Ja, egal. Dafür brauchen wir es auch nicht. Doch das brauchen wir. Wie viel... Ihr habt fünf Redstone. Hier ist ein Schall. Hast du den gemacht? Ah, da... Ja, lass ihn. Ich hab schon. Hast du ihn zugemacht? Ne, ne, ich hab ihn zweimal gemacht, jetzt. Sehr gut. So, ich glaub, so schwer kann das nicht sein. Du kannst auch springen und so. Ja, ja. Okay, dann müssen wir hier an außen rum. Jup, jup. Ja, ne, hier ist es doch... Das könnte sein. Da, hier. Yay! Oh Gott. Was ist das? Oh, scheiße. Oh, sind TNT. Okay. Wir finden jetzt irgendwie bestimmte Wege nicht. Hier ist doch nichts. Naja, aber hier sind Treppen. Hier sind Treppen. Auf der anderen Seite auch. Auf der anderen Seite auch. Oh Gott. Was ist das hier? Ah, hier ist ein Leopard. Das steht hier. Denk nicht zu hart nach. Es wird alles auf dem selben Weg enden. Hast du noch einen Eimer? Ja, ich hab drei Stück noch nicht. Kannst du das Wasser hier runterkippen? Du musst es irgendwie wahrscheinlich irgendwo runterfließen lassen. Passiert. Hier können wir auch noch lang, ne? Hier ist nichts. Oh Gott. Oh nein. Was hast du gemacht? Ich denke mal, das Wasser hat da irgendwas aktiviert, oder? Da unten. Ach so. Oh ja. So, ich mal die anderen Wege auch noch mal? Fuck, jetzt müssen wir da. War das nicht richtig? War das nicht richtig? Doch, war richtig, aber... Nein! Nein! Wo bin ich denn hier? Da oben lag noch Redstone. Ich bin glaube ich aber richtig. Ich bin hier runtergefallen. Stairs back up. Wir müssen denke ich mal mit Redstone irgendwas machen, oder? Kann das sein? Hast du noch Redstone? Ah ja, stimmt. Du bist so langsam. Hier liegt überall Redstone rum. Oben lag auch noch was rum. Okay. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Ist hier irgendwo eine Tür? Die wir öffnen müssen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wo müssen wir denn hin? Ich hab das Gefühl, wir müssen hier den Redstone hochleiten, weil das sieht so aus. Aber hier ist er nicht. Da liegt noch Redstone. Wo lag Redstone? Ja, hier hinten ist noch Redstone. Okay. Und da sind auch noch... Warte mal. Hier müssen sie hochleiten vielleicht, weil hier... Hier ist noch eine Leitung. Weißt du? Dann muss der aber erst machen. Der ist aber auch... So, hier... Hier geht die Leitung... Ich muss noch gucken. Also, das Ding müssen wir auf jeden Fall aktivieren hier. Deaktivieren? Guck ich. Ne, aktiv... Ja, ne, hier oben. Hier geht eine Leitung lang, die aber aus ist. Ah, okay. Die müssen wir auf jeden Fall aktivieren. Autsch. Ah, nein! Okay. Wie kriegen wir die denn? Hast du denn so viel? Ja, ja. Ich hab genug. Wir müssen sie jetzt nur irgendwie aktiv bekommen. Ne, das war's nicht. Äh, wie kriegen wir die denn jetzt aktiv? Das Ding ist... Ich kenn mich mit Redstone hochleiten. Die ist... Also, die ist... Die ist deaktiviert. Das heißt, wir müssen den Schalter hier irgendwie... Das müssen wir ausmachen. Das Ding hier. Die Lampe. Mit Wasser von oben. Kriegen wir die raus? Soll ich das nochmal machen? Ja. Komm ich überhaupt noch hoch? Ja, klar. Okay, ich hab ja noch einen... Ne, komm ich überhaupt noch hoch? Weiß es nicht. Auf der anderen Seite, ich muss ja wieder rüber... Hoch... Oh Gott. Oh mein Gott. Baa! Nein! Aua! Äh? Ne, wie komm ich denn jetzt wieder hoch? Ich komm doch gar nicht mehr auf die Treppe rauf. Guck mal die Treppe... Ah doch, da! Die Treppe geht noch, oder? Glaub schon. Ja, die Treppe ist ja so gebaut, dass die bleibt. Oh, Alter! Wieso... Was ist das denn? Wie komm ich denn da rüber? Hast du es geschafft? Ja, also ich komm da rüber. Ja, mit Doppel oder ohne? Ah, so geht das. Ohne. Nein! Oh Gott, wie doof. Ist gar nicht so leicht, ey. Ne. Ach hier, so kannst du ja einfach... Aber kommst ja nicht hoch. Ne, wieso nicht? Scheiße, äh... Und jetzt? Ah, da fehlt... Oh nein. Oh Gott. Was auf der anderen Seite? Ne, da kommst du ja gar nicht auf den Stein rauf. Ah, ich glaub wir können doch das Wasser hochschwimmen. Ja, okay. Das dauert aber natürlich bisschen länger. Oh, das geht glaub ich nicht anders. Ne. Ja, du musst halt ein bisschen außen schwimmen. Oh Gott. Ah! Nein! Ich hab runtergeschnitten. Ah, soll ich? Ich weiß. Tricksal. Nein! Ah! Oh Gott. Das dauert lange, ey. Geht das überhaupt? Kommt man da wieder hoch? Ich weiß es nicht, ja. Soll ich von unten sagen, welchen du nehmen sollst? Ja. Das ist irgendwie... Okay. Moment. So, ich bin oben. Äh... Das ist der... Da-da-da-da-da-da... Was war das Erlektes? Irritiert so ein bisschen. Ich hab ja auch nicht nur... Da muss man runter. Okay. Genau da. Mach mal. Ah! Scheiße. Ja, mach von da sonst. Jetzt kommst du gar nicht mehr hoch, ne? Aber ich glaub das passt. Ja. So, jetzt ist... Jetzt ist die Leitung auf jeden Fall schon mal an. Ich weiß nicht genau, wohin die führt, aber das sah gut aus. Gucken. Wissen wir denn der Leitung jetzt hinterher? Wahrscheinlich, ne? Aber hier ist es wieder aus. Ja. Hast du irgendwas unterbrochen? Ne. Ne. Ah, das... Geht... Nicht. Dann müsste... Dann musst du's halt hier weitermachen. Unten lang. Genau. Geht das überhaupt? Ne, das geht auch nicht. Wieso nicht? Hä? Das geht nicht so weit hoch. Scheiße. Ne. Ich weiß nicht. Gehört das so? Oder ist das kaputt? Ja. Nicht leicht, nicht leicht. Hm. Oder warte mal. Von woanders? Ne. Sagen wir mal die anderen Wetzel und Dinger ein, hier. Bevor die weggehen. So, hier geht's hoch. Zack, zack, zack. Ich glaub, das gehört nicht so, ne? Ich weiß es, ne? Was haben wir denn auf dieser Seite noch? Ja, ich hab hier noch ein paar Hinweise auf... Auf dem... Auf dem Forum da... In dem Forum da stehen ja noch ein paar Hinweise. Ja. Ich kann ja mal gucken. Ähm... Hm. Die Treppe sieht ja auch so komisch aus irgendwie. Fühlt ja zu nix. Na, das ist zu gewalt. Warte, was? Was geht denn hier runter? Das bringt ja auch nichts. Ne. Ne, ne, ne. Es muss da sein eigentlich. Ah, wieso? Stimmt. Wo führt das denn überhaupt hin? Ich muss noch mal gucken. Nach ganz oben. Ach, nach ganz oben, okay. Was... Und da ist ne Tür, oder was? Oh, so hat er aber nicht geguckt. Ich war so nirgendwo. Ach, ne. Da ist ne TNT. Ach so, das wurde hier nur unterbrochen und dadurch hat sich das TNT entzündet. Weil wir es durchs Wasser unterbrochen haben, vermutlich mal. Na, dann brauchen wir es ja gar nicht. Haha. Hier ist wahrscheinlich ne Tür, ne? Das sieht so aus. Ich bin tot. Aber wir kommen von oben wieder auf die Brücke, auf die Treppe, weißt du? Wenn wir hier so ein bisschen unterschließen. Schauen wir mal meine Sachen ein, oder? Ne. Oh, hier ist ein Dings. Tintenfisch. Wo? Hä? Was ist das denn? Über uns, über uns ist das Wasser. Kannst du nicht das Land sehen, oder? Nein! Das ist nicht nett, ey. Ne, tut mir leid. Ich lache auch nur, weil ich nen Witz gelesen hab hier gerade. Alter, ich... Mein Witzebuch. Wie bist du denn? Hinter dir. Seh' ich nicht. Seh' ich nicht. Vielleicht fall' ich gleich wieder runter. Wird das überhaupt hin? Sind wir da eben abgelaufen? Das sieht doch nicht. Ne, das sehen wir noch nicht. Das sieht die Akkette aus. Meine Sachen. Meine Sachen! Von deinem Abwehren, okay. Die ganze Lava. Wo sind meine Sachen? Oh, sehe ich sie wieder nicht. Ah, hier sind sie, alles klar. Hab sie. So, ich spring mal wieder auf die Leiter da, auf die... Boah. So. Wie weit war das? War das hier ganz da unten? Ne, die halbe Treppe nur, ne? Aber wieso geht das hier nicht weiter? Das... Don't say too hard. Same way. Hm, also, es muss ja... Oder müssen wir Wasser auch nochmal auf... Ne. Müssen wir alle Leitungen mit Wasser wegmachen? Ne. Kann ich mir nicht vorstellen. Doch, alle mit Wasser wegmachen bestimmt. Ja, klar. Dann haben wir versaut jetzt. Wieso? Na gut, ich kann ja Wasser wieder von oben holen, ne? Ja. Ich... 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 Ich bin ja hier auch. Wie bist du noch gekommen? Ich bin oben durch die Löcher auf die Treppe gesprungen. Ah, okay. Hä? Das Wasser geht weg, aber ich hab... Kein Wasser im Eimer. Weil ich im Game-Mode bin. Kein Game-Mode. Haha. Muss den Wasser im Eimer holen. Ja. So... Achso, ne. Ne. Scheiße. Ich war nur noch zwei Eimer. Fäll. Hast du einen? Ne. Ne. Wir sind dritten. Äh... Scheiße. Komm, du bist doch noch rein. Da, ein... Nein! Game-Mode Antuba 0. Das ist das... So, jetzt machen wir mal jetzt auch hier den dritten, ne? Hä? Ist das richtig? Guck mal unten sonst. Und ich kann auch hier auch gucken. Äh... Okay, das sieht gut aus. Ja, jetzt fehlt noch einer. Okay. Der ganz, äh, links von mir aus gesehen. Von etwas rechts. Oh, ja. Oh. Okay, jetzt ist das aus. Was ist denn jetzt? Äh, ist das richtig so? Ja, muss ja, ne? Ich hab keine Ahnung, also... Ich hab keine Ahnung, also... Okay. Okay. Was muss denn... Wo müssen wir denn überhaupt weiter? Das die... Ach, da hinten vielleicht? Wahrscheinlich müssen wir ja auch einen Geister machen, sondern einfach nur... Ach, da rüber streng, ne? Ja. Nein! Aua! Beine gebrauchen! Da oben wahrscheinlich lang, ne? Ja. So. Ich will den ganzen Weg wieder hochlaufen. Oh! 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 Was machst du? Wo kommst du denn her? Von links. Ach so, du hast tp'd, oder? Ne, 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 ich bin... ...gelaufen. Ja, ja, ja. Ja, 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 ist so... Ah, scheiße! Ja, ne, 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 ne. Ja, ne, 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 ne. So sprungkacke, ey. Ich will auch nicht, dass du durch tp's. Ja, da geht's weiter. Gott, wie blöd von uns, oder? Oh, naja, gut. Nein! Aber da geht schein' zwei dazu. Wir sind wieder viel zu kompliziert gedacht, ne? Ja, da steht da extra, ne? Nicht so... Ja, ja. Oh nein, wie du. Ja, Mann. Das hat echt gut gemacht bis jetzt, also. Bis jetzt hat er uns jedes Mal reingelegt. Ja. Off. Haha. Ah, Mann, ey. So, ich hab's geschafft. Das ist einmal und alles. Ups. Nimm mal Redstone mit Furchtpunkt. Vergessen, diesen Bombenschalter zu entfernen. Oder ich CP. Das ist ja, wenn das mal... Äh, Julian... Arthur... Run! Oh Gott. Oh Gott. Wie viel? Ja, jetzt bin ich zu spät, oder? Wahrscheinlich. Ne. Boah. Ich hab's gerade noch zu geschafft. Ah, toll. Ja, dann fahr. Los. Fahr! Nein, drück den Knopf! Oh nein, ich hab's gerade nicht gemacht. Oh nein! Schieb mich an! Oh nein! Mach ich doch! Ich schieb dich so an! Hallo! Komm! Ja, komm so! Ja, warte. Oder ich schieb dich nochmal zurück, oder was? Ne. Alter, du bist... Was ist denn da los? Halt! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Geh weg! So, jetzt... Schalter! Oh Gott. Oh Gott, auch nicht, aber... Wahrscheinlich bin ich zu spät, oder? Oh Gott. Passiert aber überall gar nichts. So. Das ist wahrscheinlich nur so eine Horror... Illusions... äh... So. Ich bin draußen. Ach so, wer steht... Ich glaub, wir haben's geschafft. Was steht denn da? Oversoul 96... Weil ich CP... Ja. Und hier unten kommen wir... Steht denn da? Ich kann das... Ich kann das nicht ganz lesen, weil... Ich geh mal hier nach links... Ich kann das ja lesen. Ich glaub da ist noch was, oder? Bei Oversoul... Made by Oversoul 96 steht hier. Nö, das sind nur die Credits. Ich glaub wir haben's geschafft. Ich spring mal hier runter kurz. Tu das? Ja. Ich glaub nicht, dass wir das... Irgendwas muss hier dann noch kommen. Nö, würde ich nicht unbedingt sagen. Warte mal, ich komm mal kurz auf der Seite. Ja, hier runter, komm mal noch lang. Nö, ich glaub das war's, also... Äh, ja, genau das war's. Ja, dann... Ah, da ist noch ein Dungeon. Wo denn? Loll. Gehört das so? Dass wir immer am Ende sind dann... Wo ist ein Dungeon? Ach da! Haha, geil. Na, zwei Satteln haben wir hier sogar. Brot, Eisen... Und noch ein Schwein. Wo ist denn hier? Alter, unten ist noch was. Oder was ist das? Mir baut sich hier gar nicht auf. Warte. Hä? Hier ist noch irgendwie ein Raum. Okay. Ein Geheimnis. Ah! Ah, okay. Hä, wo sind wir denn jetzt? Ach, hier sind wir. Ach, hier war das, wo das... Nö, keine Ahnung. Doch, hier, guck mal hier, wenn du hier runter guckst, hier in diesem... Hier war das mit dem... Redstone, wo wir dann mit der Hake... Genau. Na gut, aber das war nur ein Weg für ihn wahrscheinlich. Was haben wir denn noch? Hier bei der Kiste. Ne, äh, das war's. Würde ich mal sagen. Das war's, genau. Sehr cool. Eine weitere Adventure Map haben wir mit Bravour gemeistert. Ja. Das war... Ja, ich fand auch die Rätsel war mal ziemlich originär. Also das war mal wieder was anderes, komplett. Ja. Also es gibt anscheinend so viele Sachen hier, das ist unglaublich. Ja, was man nicht alles aus Minecraft machen kann. Und wie immer, ich hoffe es hat euch gefallen. Wie im Schwein, ich will immer ein Schwein reiten. Wo ist mein Sattel? Ich will ein Schwein reiten jetzt. So. Ähm... Schwein reiten? Ja. Yeeeey! Warte... Los, lauf, mein Schweinchen! Los! Ich geb' mir nen F*** Sattel. Hey, was weiß ich? Ich geb' mir mal nen Sattel. Du musst hier irgendwo liegen. Ah, da sind wir. Da. Lick da. Da ist er noch. Da ist er noch. Hast ihn? Natürlich ist mein Inventar voll, warte. Ähm... Ne, du müsstest ihn haben. Ich hab jetzt nur einen Sattel. So. Du müsstest... Kann meine Kühe auch? Ne, du musst denn ein Schwein. Ne, ne. Die sind überall. Überall, ne? Wo ist sie denn? Siehst du mich? Hier. Warte, hab ich... Jaaaah! Hey! Oh Gott! Lauf, lauf doch! Ha! Wer zuerst unten ist! Wer zuerst unten ist! Ja, Schwein! Machst du ja! Lauf! Nein! Komm! Man kann's doch nicht steuern! Schwein, lauf da runter! Da runter! Komm! Jaaaah! Hier! Ah! Lauf weg! Ah! Nein! Ich hab's grad geschlagen! Oha, jetzt haut er, jetzt haut er Schwein an! Schwein! Jetzt komm ich zu dir an! Jetzt komm ich zu dir an! Komm ich zu dir an! Nein! Oh! Oh! Naja gut! Du Schweinehund! Ja! Ich hoffe auf euch hat's gefallen! Oh, die ganze Schweinehundtiere hier alle anzünden! Niiiihihi! Nein! Ich lösche es! Ich lösche! Ah, der löscht ihn! Nein! Ich brenne! So, hör auf mit dem Blödsinn hier! Wir sind ein... Ernst oder nehmen hier? Oder so! Oh Gott! Ich will nie mehr leben! Oh! Sandstein! Äh, ja! Bis zum nächsten Mal! Genau! Und... Man sieht sich! Oder auch nicht! Und tschüss! Ciao!